Wer so noch noch gerade fragt oder sagt, gefühlt warten alle auf 14.000 bei BTC, oder? Nein, gefühlt warten alle darauf, dass es immer nochmal tiefer und immer nochmal tiefer und immer nochmal tiefer geht. Denn so funktioniert der Mensch. Wenn es scheiße läuft, wenn es schlecht läuft, dann wartet man auf immer tieferes Tief. Denn es läuft doch alles schlecht. Das muss noch tiefer gehen und dann kann ich noch günstiger einsteigen. Ist für mich der falsche Ansatz, denn du weißt nie, wann die Leute aufhören zu denken, dass es noch tiefer geht. Jeder wünscht es sich und handeln tun aber nur die wenigsten. Gutes Beispiel, Bitcoin 20.000, relativ lange stabil. Jetzt hat man sich einen Kaufkurs von 17.000 gesetzt. 17.000 war es am Tag des FTX-Zusammenbruchs. Und jetzt fragt euch mal ehrlich und schreibt es mir in die Kommentare, wer hat an dem Tag des FTX-Zusammenbruchs gekauft? Wer hat gekauft, wer hatte den Mut, um wirklich sein Kaufkurs dann auch eingegeben? Sind zwar auch mehr, aber sind trotzdem die wenigsten. Die meisten verkaufen und kaufen sehr emotional. Deswegen mache ich mir immer einen festen Plan. Und mir ist egal, ob da jetzt 14.000 steht oder 10.000. Ich mache es immer an der Marktlage zu dem Zeitpunkt fest, wo ich es für mich aufschreibe und bewerte. Justiere da natürlich nach, aber versuche genau das zu vermeiden. Feste Preise, meinen Kopf so zu ankern und dann mit einer Panic noch tiefer zu gehen und zu sagen, nee, das ist doch zu hoch. 14.000 ist zu hoch. Wenn wir bei 14.000 sind, schwöre ich dir, werden die anderen sagen, ja, die warten jetzt auf 10.000. Und die steigen nie ein. Deswegen habe ich einen Plan, langfristigen Sparplan sowieso, der in den Mitteln eben auch diese Wellen nach unten kauft, kriege ich größere Anteile in der Phase. Ist gut für mich. Für meinen langfristigen Plan sowieso top. Also deswegen, ich empfehle immer dann Sparpläne, konkrete Pläne sich aufzubauen, mit Limit Orders oder mit einem monatlichen Sparplan oder einer Kombination aus beidem. Letztendlich aber sich davon loszulösen, wie man hier emotional am Markt agiert, das ist der größte Fehler, hier drauf zu hören, beziehungsweise hier drauf zu hören. Macht man natürlich auch manchmal, aber sollte man nicht für den Vermögensaufbau machen. Da ist man nämlich langfristig unterwegs. Aber ja, gefühlt wartet jeder auf immer noch tiefere Kurse, bis es genau umgekehrt auch funktioniert und man auf 100.000 wartet, auf 200.000 oder sonst irgendwas. Ewige warten, um am Ende doch die falsche Entscheidung zu treffen.